ja eine pflanze drin also eine bei diesen holen muss nein oder da wacke ich gesehen mit diesem wir haben die riesen monstern ein wir haben sowieso zu spielen sollte man zu gleich kommt die stelle das ist so unmöglich und nachgucken weißt du ich lasse ich hab jetzt ich bleibe mal hier anders haben wir auch nicht weinen ich glaube ich guck mal nahe ok ok wir sind gleich wieder und ich wollte die kiste davor kaputt machen ok es geht weiter weil wir haben rausbekommen wo das ist das ist am ende wenn man kiste roter geschlagen hat obwohl ich mich gefallen lassen wollte hier ist die münze hier ist die münze muss ja schon genommen naja so kacke also keine verschiedenen blöcke der weg da oben war unmöglich keine röhre am schluss des weges gefunden also kann es das was haben wir beim schloss alles gemacht doch ja ok wenn ihr die glaube ich die zweite mit so und finden ja ein geheimweg oder so äh so bomben so bomben Ich habe eine Melodie. Tülle ich dir haben, oder? O-Tülle. Nein, ich bin dran. Nein, es geht das nicht so. Ich versuche, ein bisschen zu sch億 bei Schokoweiß zu kommen. In der ersten Mitte... Ich bin dran. Ich bin dran. Ich bin dran. als hier das mekka 20 cent billiger jetzt wir haben aber warum macht trotzdem kann man dafür brauchen wir mal Ich glaube eher nicht Ich glaube eher nicht, dass es versteckt ist Ja, man weiß sie nicht Nein, nehmt schon Ich glaube, du brauchst Marko Die zweite Münze Sterben lassen oder nicht sterben lassen? Ne, ich guck ihn kurz noch nicht sterben Ey, man muss nicht sterben lassen, das weißt du Ne, ich guck noch, ob jemand vielleicht noch psychisch ist Also, du... Bring dich um, das bringt dir nichts, diese Blumen hier zu verschwenden Weil es wieso das Level neu starten muss Verstehst du? Ja, ich weiß aber auch, wenn ich was testen muss Was denn? Ja, vielleicht ist hier eine Pflanze Blumen, was, guck mal Ein Maiko hier am Ende Es gab davor bei diesem Level, ähm... Wenn diese unterirdische Level das auch ein, ähm... Hier, ist deine Sache, mach einfach Hier, komm Ich sag eh ja nicht so, egal Es ist egal, ist deine Sache, ist mir jetzt egal, mach einfach So... Wir kommen zum Ziel, das weißt du Was? Und da unten? Hat mir einmal vorgehabt Aber das bringt uns nichts, weil die zweite Müsse muss da hinten sein Wieso machst du das Ende? Du musst doch eh Mikro holen Du musst dich sterben lassen können Sonst dann hättest du von da angefangen, wo du in die kleine Röhre war Ich kann mit ähm... kleinig, wenn ich muss Mike Trump Hast du mir nicht zugehört? Du musst dich sterben lassen können? Ja Hättest du den Maiko geholt? Da hättest du von deiner Mitte angefangen, anstatt von Anfang Oder ich hab jetzt einfach Mike unten recht Und dann kann ich einfach mit groß einfach das dann kurz durchspielen Bis dahin, was ich schweiß Ich glaub, du verstehst die, was du meinst Ich bin hier, dass ein Frank Zeichen Ich soll jetzt während des Spiels an 60 machen Ich will wissen, was du... vielleicht ist ja Maiko Okay, wir sehen uns gleich wieder, wenn Maiko da ist Bis dahin zu kommen Ich glaub ich glaub ich glaub ich hab damit schalten wir noch eine neue Welt frei Also... Ich will sie machen Hä? Ich glaub irgendein Schalter ist da Ach so Das ist groß Das ist groß Hm Auch eine Idee Ich lass dann, hä? Oh, so leicht Oh, doch nicht Aber so leicht Ah ok Aber darauf muss man erst mal kommen Aha Wie soll mir 37 leben? Einfach durchlaufen Zeitbond gar nicht erreicht Ok Riesenbombe kommt gleich Kann er nicht hier abschliessen? Kann er nicht hier abschliessen? Ich mach einfach Ich will keine Pause machen, ne? Ich weiß, warte Oder schneid das einfach Nicht mal euch, ich machs weg Okay So, schau! Ich mach den diese dritte welt da oben geheimen ja ein paar ich denke dass jetzt ganz rauskommen ja 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 irgendwo hier kommt es mir auch bekannt vor ich war einfach ach so es geht es nach unten der geheimen weg schaltet das hier frei den normalen weg schaltet was frei sehen wir mal das ist geschaut ich habe es nicht Oh, ich wollte da nicht mitnehmen. Was solltest du machen? Ich will da nicht mitnehmen. Wieso dann? Oder da hinten. Ja, weil. Hier. Das ist ein Shortschritt, aber egal. Ja, vielleicht nicht besser, ne? Die Zeit sind wir zu haben hier. Das ist richtig, oder? Okay. Gesehen? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ach so. Ich glaube, ich habe einen Bonuslevel, so gesagt. Nein, mach mal. Ich muss doch links. Ich muss doch recht. Ach so. So. Ja, so tricky haben wir es nicht gemacht. Aber das wäre doch einfach. Einfach so. Ne, mal gucken, ob der wirklich jetzt jemand ist. Glück gehabt. Vielleicht durchrasen, glaube ich. Das war klar. Das ist ein Schommel. Bis zum Ende. Bis zum Ende. Das war zu bisher ganz oben. Und dann. Annehmen. Genau. Genau 40. Jetzt wollen wir die restlichen Münzen machen. Dann können wir da irgendwelche Bonus, vielleicht Bonuscharaktere. vielleicht nur die. Ah. 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 Ich muss mal eine andere Welt machen. Wir haben noch schon eine andere. Nein. Eine andere. Die andere Welt da. Vielleicht muss man von rechts dahin gehen. Guck mal hier. Ich habe irgendwie keinen Bock die Welt zu machen. Ich habe die Welt aber auslassen. Warum? Warum? Ich habe jetzt keinen Bock neue Welten. Jetzt rauszufinden. Ich bin am Business mehr. Okay. Du musst doch eher alle Münzen machen. Ja, aber nicht alle. Ich denke, ich alle Münzen machen, die ich schon alle. Also von Welten, die ich schon gezeigt habe. Wenn ich jetzt irgendwie extra eine Welt suche. Und so. Wennst du dafür zu. Dafür bin ich zur Frau. Also ich würde es ja nicht jetzt machen wollen. Okay, mach dann. Wenn ich schnell finde, das ist gut. Ich glaube, das ist nicht auf dieser Welt. Oder doch. Es muss eine Geheimrührung mir geben. Ich kann mir noch hin. Da habe ich mich speziell. Es gibt hier gezeigt. Aha, ganz drum. Ah. Hat er sich hier? Noch nicht. Aber im Buch hat er sich umgekehrt gemacht. Ich glaube, du hast Pflanze meinst du. Ja, manche. Okay, dritte Münze. Der zweite. Der dritte. Okay, der dritte. Der dritte. Der dritte. grüne nachher hier bist du richtig glücklich versagt weiß nicht mehr als einfach runtergefallen ist hallo ich meine diese welt zeige ich dir gleich aber ich glaube das ist auch nicht man die einfach geradeaus seine entscheidung ich wäre auch kein bock drauf ich glaube das war ein anti wir gibt bestimmt keine geheime welt ach so die geheime wert ist diese röhre da diese mittlere röhre das ist die weiß wo die riesen kanone rauskommt das ist wieder vergessen die riesen kanone riesen bullet bill oder meint es kann man kommt ja nicht nach rechts oder so ach so ja das mit zu achten meint manches gelbe dieses große füge nach so was man ja war nach rechter zeige ich dir weiter nach rechts ich zeige dir weiter 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 ach so das meint ja jetzt auf einmal ja lange genug gedauert weiter 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 aber das problem wird jetzt sein das freizuschalten ja noch langsamer geht es nicht okay jetzt müssen wir machen ich glaube da müssen jetzt sind so ganz gleich dich umbringen lassen das bringt nicht das bringt nichts da kommt nicht wieder wir hatten hier zwei wir hätten hier zwei gebraucht guckt den zweiten hätten der dafür hat sie umbringen lassen ich glaube der kopf nicht wieder nein da kommt nicht wieder und umbringen lassen umbringen lassen weil das bringt die nächste ist wenn du jetzt das schaffst oder alles von vorne wieder zu machen es bringt dir nichts wenn du hast sowieso genügend leben 20 uhr blume hatte da oben eine blume oder ein pilz oder gedacht jetzt muss man ganz gut aufpassen aber durchziehen jetzt blume kann die blume auch politiker landen und dann weiter fliegen das maus probiert es explodiert das richtige dann ist es die kanon nirven ziemlich haben wir einen pilz oder so verdammt ich kann dir sagen wo alle seiten sind wir auch nein da gibt es nur gibt es einen grünen pilz für dich wenn du willst nicht da ja ich wollte gerade ein pilz hier war auch ich glaube nicht da war der explodierte nicht anstatt das ist eine hier ja meine ich ja hier war eine voll cool dass diese politik irgendwie durch steine gehen könnte also gehen können ist ja so logisch gemacht worden jetzt noch ein bisschen nach rechts muss noch rein gut ich muss ich lieber doch gleich an die seite nicht aber ich habe da kommen noch mehr ja da kommt dann ich glaube ich muss nach rechts jetzt ist er da in diesen kann die ist jetzt da du musst ja nicht und soweit jetzt dahin geht so glück gehabt das war echt glück aber glück sieht auch nichts gebracht doch wir schaffen heute noch ein paar zu bau mal 64 wo ich glaube ich ziehe nach dem post nachdem hier macht er noch bekommen wir noch kommen wir machen noch acht das nächste mal wir sind fast am ende wir sind fast am ende sind fast am ende kommt es schafft mir wirklich nichts ok so sind wir kommen ach so dass wir machen die kinder von den komischen gelben mit dingern dann diese wirklich sein wie die aussehen ja da sind die hast du nicht gesehen rechts aber gerade eine münze gesehen oben rechts auf jeden Fall so ein geld ich bin echt kaputt obwohl ich nicht so oft gespielt ich dachte wirklich dass du jetzt nicht mehr hochkommst ich bin echt kaputt